hey leute was geht ab in diesem video zeige ich euch wie wir den rückwärtsgang beziehungsweise die leuchtmittel von dem rückwärtsgang in leds umrüsten die habe ich aus amazon bestellt und haben auch keinen fehler der umbau geht relativ einfach ihr braucht kein werkzeug hier diese abdeckung einmal abmachen dann haben wir hier so eine schraube schwarz einfach nach links drehen aufpassen dass er nicht rein fällt dann einmal hier dann kann man quasi schon mal den stecker einmal abziehen hier so eine schnelle also hier rein drücken dann kann man einfach abziehen und dann kann man schon mal das komplette leuchtmittel hier drauf nehmen so so ist das ganze aus dann kann man hier quasi ja hier die ganzen schnallen hier rein drücken und kurz mal schauen bevor ich was kaputt mache hier genau einmal rauf nehmen dass die birne die wir wechseln werden befindet sich hier sowieso auf dem teil was hier bei mir in der hand liegt und das einfach abziehen und die led durch mittel so wie wir es abgenommen haben einmal reinstecken die haben auch keinen polung also ist egal in welche richtung ihr das rein legt dies funktioniert und dann wieder umgekehrter reihenfolge zusammenbauen rein damit stecke wieder dran und alles wieder zusammenschrauben innerhalb von wenigen sekunden minuten erledigt jetzt zeige ich euch nur mal den unterschied in welchem farbton und kontrast das aussieht so da sehen wir halt links sehr hell gefällt mir auf jeden fall rechts das original beim rückwärtsgang ist es halt besser und viel heller ja so bei nacht werde ich jetzt nicht vergleichen im bild sieht immer alles anders aus und ja so schnell geht es liebe leute ich hoffe euch hat das video gefallen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal